Hallo meine kleine so 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 jetzt haben wir das schon mal das habe ich natürlich verbaut ich rinnt oder warte mal das muss ja bündig dann muss der weg warum auch immer der da ist keine ahnung was ich wieder für scheiße gemacht habe heute ist echt nicht mein tag also wir wollten eigentlich schon mehr schaffen aber das ist ziemlich sehr gut wisst ihr was wir machen jetzt ein bisschen mehr game kreativ und bauen ein bisschen das haus so wie weit wir waren so nicht so viel zeit verlieren wir wollen ja auch mal bitte was schaffen hier bei minecraft es müsste erwarten natürlich jetzt muss das hier dran glauben das ist natürlich scheiße dass der ganze werk jetzt hier dran glauben muss aber werden wir uns jetzt ich könnte mal gucken aber ich bin außerdem nicht alle ich mache nur kacke können wir machen wie ich das immer so schnell machen hier nehmt ihr euch tnt könnt ihr sehen wie das okay ist nicht so wichtig bei nur fackeln aber ihr müsst damit aufpassen nicht nur scheiße machen ich bin ein experter darin also in scheiße machen ja findste so jetzt werden wir erstmal hier gucken wie viel der weg sprengt aber bestimmt viel weg sprengt aber es war vielleicht sogar schon zu viel aber es ist okay das ist ein anfang das weiß ich halt nicht wie weit ich hier runter gehen muss muss ich gucken wo die ist die jetzt brauchen wir davon ein bisschen noch stein holz brauchen wir nicht ob das jetzt oben ist oder unten ist ja keine ahnung aber wenn man wenigstens hätte ich mir das gestern alles ersparen können ich rind die wäre hier oder wenn man hier wahrscheinlich wenn man hier ein bisschen er da rein klatschen aber er dabei haben wir nicht egal so ist ja mal tnt nehmen wir wollen sich bleiben springung so müsste der ganze block weg sein alles weg so gefällt mir das ist in dem sache nicht zu gebrauchen grund dafür ist ja aussicht ich muss es sogar so hoch bauen so und das kann man jetzt abreißen hier das wird alles abgerissen das machen wir dann zum schluss machen wir noch ein paar fenster liegen ich weiß auch gar nicht wie hoch ich das bauen muss ich baue das mal jetzt hier pipapo wir wollen ja schon ein bisschen höher machen muss ja so ist das jetzt mittig das heißt ich werde jetzt meinen weg bauen damit ich die höhe weiß das wird jetzt die höhe mit dem was wird jetzt die höhe das wird jetzt die für diesen boden ich verbau mich natürlich immer jetzt natürlich blöd jetzt bin ich angestoßen das ist perfekt sogar schon die richtige höhe getroffen fast runter bauen so das wäre jetzt schon mal das gerüst so jetzt wir können das jetzt wir können natürlich auch noch ein eingang machen das ist jetzt das ist der eingang genau so das heißt hier wäre jetzt der eingang ihr werdet dann weder macht man eine stufe hin weil so und dann wäre jetzt das ist der eingang das kommt raus so wird es hier runter gebaut es kannst du ja so ok stehen du ja ich sehe natürlich jetzt ein unterschied und es lässt sich dann oben ausgleichen müsste theoretisch gehen so so wir können das jetzt ja das sind die gefährlichsten die kenne mich nicht so schnell tot wenn ich das klappt passt mal auf ist der bühne 4 über 4 der ist der hält über 4 ist das kannst du nur noch runter schubsen mach dich weg du du opfer tschüss weg ist er so wir müssen das mal schnell fertig bauen das können wir eigentlich bis runter machen bis auf den boden das wäre dann der keller und es wäre aber nicht so schlimm könnte aber nämlich dann weniger graben mache ich denn nur so wirst du das klar die anderen habe ich schon genau eingefügt die wäre echt perfekt aber leider müssen wir uns damit zufrieden geben was wir haben und was wir besitzen das können wir hier nochmal das wird dann sowieso jetzt nochmal umgebaut das ist jetzt unten oder ich glaube ich mache scheiße wenn das jetzt oben ist dann muss ich das hier alles noch verdecken weil dann müsste hier noch Wiese dran kommen ach ist das kompliziert hier wäre es ja ok da müsste hier überall nur Wiese dran kommen was weiß ich meine wenn ich jetzt weiter runter gehe noch ein stück wenn ich das hier weg jetzt hier weg jetzt hier der Eingang wäre wenn ich noch ein stück runter gehe dann wäre das jetzt so hier dann wäre das jetzt die Höhe und das wäre dann der Ausgang so habe ich mir das gedacht und dann wäre dann das hier unten Boden wäre dann wieder ein stück tiefer aber das will ich ja nicht weißt du wenn ich jetzt hier bauen würde würde das nämlich ein stück tiefer sein ah fuck falsche Richtung wäre das ein Block tiefer das könnte man noch ausgleichen machen wir auch so weil hier unten kommt der Keller dann hin oder teilweise Keller ja und das hier vorne wird dann kaschiert ja also dann machst du einfach ein paar Blöcke hin weil das wird ja nicht das ganze Haus ich mache das aber schon mal runter damit ich weiß dann nachher wenn ich dann so weit komme ähm das ist dann auch da kann ich schon der Arm vielleicht noch weiter bauen damit das nicht so langweilig für euch ist so und dann wird das halt jetzt hier wieder niedriger siehst du das ist nur noch 2 zum Ausgleichen davon ist es fast gar nichts mehr so das wäre jetzt die Höhe so für euch sieht das jetzt irgendwie alles wie scheiße hier aber das ist macht nichts wir werden das jetzt kurz mit dem weiß ich was ich für den Boden rein machen soll keine Ahnung wir machen Holz erstmal rein ähm damit kommen wir wieder raus dann lasst mal das hier weg haben wir ja schon gut vorgearbeitet so das weisen wir dann auf der anderen Seite ab und dann müssen dann hier zugebaut werden das machen wir dann mal schnell das wir dann schön kaschiert da lasse ich uns noch was einfallen das können wir nämlich hier schön dann das wären wir dann aber ich bereite das jetzt erstmal vor so halt so jetzt nehmen wir das noch rausruppen so jetzt nehmen wir das noch rausruppen schön hier